Auch diesmal sind unsere Energiedetektive aus dem Pinsker unterwegs. Diesmal haben wir Ihnen die Frage gestellt, woher denn der Strom kommt? Und hier die Antwort. Früher hätte ich mir gedacht, der Strom kommt aus den Steckdosen, aber jetzt weiß ich es genauer. Der Strom wird zum Beispiel erzeugt durch Windräder oder auch durch Biomüll oder auch für Solarenergie. Da haben wir auch schon ein Windrad gebaut mit Solarenergie und auch Kraftwerke, zum Beispiel Wasserkraftwerke werden dafür hergenommen. Also wir waren vor ein paar Tagen auf dem Moserboden. Da haben wir uns in so einen Staudamm angeschaut und da ist halt auch ein Stromerzeug geworden. Früher sind die Lichter bei den Radl so gegangen, dass wir dritten haben und dann ist das Licht gekommen. Der Strom, so wie wir ihn kennen, den gibt es ja in der Natur eigentlich nicht, mit Ausnahme des Blitzes. Der ist wirklich elektrische Energie. Und trotzdem kommt der Strom aus der Natur, und zwar durch Energieumwandlung. Sprich Dinge, die es in der Natur gibt, wie Sonne, Wasserkraft, Biomasse, aber eben auch Öl, Kohle und Gas. Diese Dinge werden durch Energieumwandlung zu Strom und so kommen wir zum Strom und über die Leitungen kommt der Strom in die Steckdosen.